Martin, wow, dich hier zu treffen, wir haben uns schon viele Jahre nicht mehr gesehen. Toll dich zu sehen. Ja, freut mich auch, Andreas. Ja, hier bei den Lindauer Seminaren. Du bist hier, was machst du hier? Blöde Frage, Netzwerken? Erstmal, warum sind wir hier? Warum seid ihr hier? Weil es eine super geile Location ist. Einfach so vom Umfeld. Die Halle, die Veranstaltung ist stimmig. Das Wetter macht auch noch mit. Besser kann es eigentlich nicht sein. Die Branche trifft sich. Ja, man kann sagen, es ist die Auftaktveranstaltung des Jahres. Letztes Jahr noch mit angezogener Handbremse. Dieses Jahr alle locker, befreit, alle wieder beieinander. Ohne Maske? Ja, überwiegend positiv eingestimmt. Es macht Spaß. Ja, wir sind gerne hier. Sehr schön. Ja, präsentieren natürlich unsere Produkte als Pipetronics GmbH. Das wollte ich gerade fragen. Wo bist du denn jetzt? Wir kennen uns ja schon viele Jahre, haben auch uns lange nicht gesehen. Ja, du bist jetzt bei Pipetronics. Richtig. Das heißt, du machst die Kanalsanierung. Genau. Wir sind Systemhersteller, Entwickler, Produzenten und Lieferanten für Kanalsanierungsroboter im Elektrobereich. Also wir haben 2016 angefangen, uns zu elektrifizieren quasi. Es geht natürlich um Startstoffreduzierung, Emissionsreduzierung, Geräuschdezimierung. Und ja, wir haben Systeme entwickelt, die sich leicht umbauen lassen. Multifunktionale Roboter, die sogenannten E-Multis, die quasi, ja, ich sag mal mehrere Gewerke auf einer Basis ausführen können. Elektrofräser im Hausanschlussbereich, sowohl im Großprofilbereich als auch im Hausanschlussbereich. Wir bieten auch die notwendigen Materialien dazu an. Wir haben zugelassene Systeme, die wir anbieten können, die der Anwender nutzen kann. In welchem Profilbereich? In welcher Größe? Kleinprofil, Großprofil? Wo seid ihr tätig? Wir bewegen uns, wir bewegen uns sowohl im Hausanschlussbereich, aber überwiegend im öffentlichen Kanalbereich, im Großprofilbereich. Ja, die Range geht quasi von unseren Innendichtsystemen, auch die Systeme Pipesil, Redex beispielsweise. Da bewegen wir uns im nennweiten Bereich von DN150 bis DN6000. Also die Manschetten? Ja, die Manschetten. Ja, interessant. Wie lange sind die Manschetten? Wir wollen ja wissen, ob wir auch um die Kurve rum können. Nein, um die Kurve können sie natürlich nicht, aber es gibt mittlerweile ausgereifte Produkte, flexible Manschetten, die Rohrversätze ausgleichen können, die sich konisch aufweiten können, die leichte Bögen bis zu 12 Grad, 10 Grad, 8 Grad ausführen können. Also undichte Muffen, ja, wir können die natürlich auch mittels Roboterverfahren sanieren. Und das sind eben Technologien, die ineinander greifen, die sich gegenseitig ergänzen, quasi ein großes Produktportfolio, was quasi fast die ganze Nennweiten, Range und Bedürfnisse abdeckt. Das hört sich richtig gut an. Und ihr stellt hier aus? Wir stellen hier aus. Ja, wir müssen den Stand nachher nochmal kurz besuchen. Ja, zumal wir ja fast die gleichen Farben haben, haben wir festgestellt. Ja, dunkelgrün und hellgrün. Ja, bei uns ist es hellgrün und ja, Andrazit, gut. Fakt ist grün ist hier offen. Aber jetzt mal zu dir. Bist du noch über deiner beruflichen Tätigkeit oder im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit auch für den VDRK noch tätig? Ja. Machst du noch was? Ich bin nach wie vor tatsächlich schon mit einer der dienstältesten Vorsteller. Mit fast 15 oder 16 Jahren vertrete ich die Interessen der Fördermitglieder im Vorstand des VDRK. Das mache ich auch gerne. Das macht auch noch Spaß. Hast du die Zeit denn überhaupt noch dafür? Das kommt drauf an, wen man fragt. Ich sage ja, meine Frau sagt eigentlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man mit Herzblut in dieser Branche steckt, macht man das gerne. Man engagiert sich gerne und letzten Endes partizipiert die gesamte Branche. Darfst du nicht überreizen? Wir wissen ja, wenn es der Frau gut geht, geht es dem Mann gut. Also mal schauen, wie lange es noch mitmacht. Ich denke noch eine ganze Weile. Martin, bist du morgen auch noch da? Ja. Logisch, du stellst dir aus. Ja, in dem Sinne sehen wir uns heute Abend wahrscheinlich noch. Sehr gerne. Zur Abendveranstaltung. Ich freue mich. War schön, ihn mal wieder getroffen zu haben. Hab mich gefreut. Ja, mich auch. Vielen Dank. Alles Gute dir und bis demnächst, mein Lieber. Danke, Andreas. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020